Was ist denn einer, den du gerade hattest? Nee, du hast ja noch da gespielt. Der ist schon nicht schlecht, oder? Aber er hat keinen Meter. Was? Er hat keinen Meter. Ja, das weiß ich. Warte mal, wir werden jetzt extra herkommen wegen Messen. Ja. Was, Mann? Steht da und guckt. Hast du, ich hab' jetzt auch nicht. 99,8. Nee, lebt nicht. 76? 76? Ich sage... 78. 70. Ich sage knapp 70. Sind liegen hier hinten. Leg doch hin hier. Wichtig ist, dass du schön gut sollst. Ich sage, er hat über 70. Ja. Warte mal, gerade. 69. Ach. Warte? Nee, 67. Was hab ich gesagt? 67. 68. 68. Unterlippe 69. 68. Aber florisch Unterlippe.